Aufnahme ist auch gestartet. Ähm, okay, von mir aus kann's losgehen. Also, dann viel Glück beim Timer starten. Danke. Warte mal. Okay. Ich hab den jetzt resettet. Was geschafft? Ich war zu früh. Passt. Okay, das war sehr dumm. Fuckin, ja. Wir sollen neu starten, das war eigentlich gut. Können wir eigentlich, ja. Ja, scheiß drauf. Ich starte mal neu. Einfach neu starten. Ist übel schwer, den Timer zu starten. Ja, ich weiß, die können direkt. Ich bin so. Ich bin so. laser so früh ist schon echt gut war der den ersten raten abkommt den zweiten ran wir durch ok nice nein nein wieso habe ich Habeck? musst du Habeck machen nicht? C kommt gleich ok H ist übel schwach brauchen wir viel zu lang das war H H hätte ich gern gehabt aber passt schon deine Waffe die du jetzt hast ist stärker als H meine normale oh shit ich habe nicht daraus gelernt fuck krank nice das passt der laser wäre wichtig gewesen aber es ist auch stark ja ja jetzt kommt dieses oben an sich level ist immer random ich bin verwirrt wo ich bin hier hätte ich laser richtig gut gebrauchen können nein man ich kann dieses Schritt laufen ich habe jetzt immer noch Schild nice und toll ok okay ich kann helfen und nicht mehr schießen ich glaube das hilft schon weil eigentlich lebt es immer ein bisschen ja ich glaube du musst einfach nur ein bisschen weg und dann nicht schießen und dann ist es ok 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 Leben zurückbekommen los bei was bei was mit Das nimmt dich immer mit. Oh mein Gott. Jetzt lass oben bleiben. Und du musst die kaputt machen. Sobald wir schießen, Leg zu üben. Wir haben die Raketen kaputt. Die Raketen einfach dodgen. Die fliegen eh an uns vorbei. Okay. Hey, das ist so blöd. Das ist so blöd. Okay. Warte kurz. Zuck. 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 Aber ich brauche Laser irgendwann. Wieso? Für diese Barrieren. Weil C kommt da kaum hin. Wenn wir so ein Pro sein. Musst da übelst nahe hinkommen. Jetzt kommt er von oben da, die rumhüpft. Wo kommt er eigentlich her? Direkt von oben? Ja. Perfekt. Willst du es in den perfekten Winkel finden? Nice. Der war, ich glaube hier, wo ich stehe. Ja. Nee, genau, komm genau, ich brauche. Schau's, okay. Direkt abgestürzt. Gegen Kempf. Der Schlammgerät ist nicht mehr. Nein. Oh no. Fuck, ich habe meinen Laser verloren. Den brauche ich doch jetzt. Für das nächste Level. Ja. Aber C tut's auch. C ist, C ist mal gut. Das macht die Bosse richtig schnell platt. Diese Schildekomot machen ist schwer, aber die Mitte ging voll gut. Das ist immer random, wo man startet. Sieh, das ist das erste ganze Spiel. Oh. Oh. Werde ich? Ich noch nicht. Oh, hol den. Hol dir erst. Nee, ich habe das nicht verkackert. Das ist ein Laser. Oh, die Laser. Was machst du? Wo? Der stand direkt hier. Ich glaube, Flammenwerfer ist auch ganz gut. Oh, wir sind schneller als vorhin. Ja, wer blöd, wer nicht. Aber warte, nicht, nicht. Und irgendein Glück. So, warum war nicht? Ich bin nicht. Hol's dir, Mann. Ich würde es nicht haben. Fuck. Jetzt habe ich kein C mehr. Jetzt habe ich wieder C. Oh, mein Gott. Flammenwerfer ist halt übel schlecht gegen Bosse. Wir verliehen dann Zeit. Das. Das macht auch ein bisschen Damage. Ach, du hast es. Ich dachte, hier habe ich es kommen. Jetzt kannst du dich nicht umbringen, Fanny. Ich müsste vielleicht noch ein C kommen. Nice. Also, ich muss den Boss schon mal erledigen. Ja, und da. Jetzt kommt hier noch. Das ist gar nicht gut. Okay. Einfach irgendwas, oder? Ist scheißegal. Hm. Wobei ich diese Augen präferiere. Ja, wir müssen einfach reinballern. Erst, was kommt. Halten Zeit verdienen. Was ist das? Das war scheiße. Das war jetzt echt nicht gut. Okay, nice. Du musst bereit machen. Sobald die auf die Rakete springen, ist fein. Hm. Was? Ist egal. Okay. 16,4. So wie vorhin, aber diesmal richtig getimed. Schatz, wir haben Weltrekord. Ja. Weltrekord. Nur in 16 Minuten. Der aktuelle Weltrekord ist 18 Minuten 14. Das war der einzige jemals hochgeladene Rekord überhaupt. Ja, dankeschön. Ist Essen fertig? Ja, ich wollte dich gerade fragen. Nice. Deswegen bin ich hier. Jetzt Weltrekord essen. Ja, man. Erstmal Weltrekord geholt, jetzt kann man essen gehen.